17. November 2018 22.21 TUS Metzingen feiert Einzug in Gruppenphase des EHF Cups Die Handballerinnen der TUS Metzingen sind in die Gruppenphase des EHF Cups eingezogen. Das Team von Trainer André Fuhr besiegte den tschechischen Klub DHK Banikmos im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde souverän mit 35 zu 24, 15.13 Uhr. Bereits das Hinspiel am 11. November hatte Metzingen für sich entschieden. Am Sonntag 17.00 Uhr könnte Borussia Dortmund mit einem Sieg bei SCM Krajowa nachziehen. Allerdings hat der Bundesligist das Hinspiel in eigener Halle mit 17.19 Uhr gegen die Rumäninnen verloren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017